hey you guys und willkommen zu grand theft auto 5 mein name ist der rockstar das ist der michael und ja in der letzten folge haben wir mit franklin ein zwei verdickte typen mal wieder gefunden wer hätte es gedacht so jetzt fahren wir zu dies wohnwagen drüber und schauen wir mal was er zu bieten hat martin ist wohl nicht so wirklich begeistert von uns aber das interessiert uns natürlich wenig michael macht sich mehr sorgen aber wir nicht denn wir verkörpern tra phillips enterprise mit dem genialen lied im hintergrund so trevor about he's probably at somewhere drinking human blood eating household pets he's not that bad really well okay he is pretty bad but he's got a sensitive side oh yes he's very sensitive and he gets his feelings hurt he's devastated so what's your story i ain't got a story i'm an independent thinker living out here away from the man from what i can tell you're like a high school athlete living off old glories you used to be able to manage heat and now you're worried if your loafers are getting scoffed any more bullshit comes out of your mouth you're going to learn all about my past glories first hand you understand absolutely sir that came out wrong tell trevor the monthly train is coming through what monthly train the monthly train where have you two been getting some fresh air talking of beautiful things yes i hear stockholm syndrome is very nice this time of year hey watch your mouth boy all right it's always been a dream of ours the train of dreams what the hell are you talking about i'm talking about gold enough to keep ron in trailers and you in therapy enough so that we can pay off that mexican and get you back in town baby yeah this better be fucking good jesus ah man we've talked about this hygiene thing before bro i invite you into my home this is how you repay me like living with a fucking horny skunk get a boat and meet me under ratten canyon bridge i'll be on the earpiece okay das ist jetzt auch wieder eine geil designte mission wie ich finde weil es macht bock es macht bock und ist sehr geil anzusehen all right so i'm taking a car to steal a boat to stick up a train and get some gold that's about the size of it make it a fast boat ah the logistical mind of trevor phillips so it's like gold bricks on board right sometimes this is a high value courier service run by meriwether oh meriwether tranquilo mike this ain't a weapons train it's good too valuable to ensure for air travel train gold sometimes gold sometimes art work priceless antiquities sometimes enough for you me ron everyone and here she is magical train much more gold mike oh yeah another thing for your shopping list we'll need some bombs okay okay i'll pick them up when i'm back in the trailer back in the trailer where are you we got work to do yeah yeah i know that's why i'm getting changed wow 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 getting changed what have you turned into ja dann manchmal gold manchmal kunstgegenstelle manchmal auch gar nix vielleicht das macht zum beispiel richtig bocke keine ahnung aber ich feiere ja sowas und scheiß trevor hat einen eigenen film verdient when we go past palito station Deswegen beschleunige, mein Freund, beschleunige! Ein führerloser Zug, der jetzt auf euch zukommt. Hallo Leute, wir sind... Und die denken sich, what the fuck, warum hält der Zug nicht an den Ausfessern? Michael hat sich noch Zeit umzuziehen, mein Freund. Und zur Eisenbahnbrücke. Und los geht's! Ja, läuft bei euch! Trevor, Action, man! Amp it up! Und los geht's! Und wo kommen wir denn her? Ach, da kommen wir schon! Aber nicht mehr so schnell, weil Meriwether getötet wird von Trevor Phillips Industries! Ich höre den Heli. Nichts gut. Und wo kommt der denn? Hä? Ich sehe den nicht. Ach, da! Ach, da! 行, find something! Ah, da ist auch viel zu coaches. Hier! Ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Hey, komm! Wie Trevor einfach in Rache geraden tut. Ja, komm schon. Ach, bleibt doch stehen mein Freund, danke. Ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei. Und los geht's. Na los, Trevor, na los. Prost. Ah, kacke. Das war jetzt mein Fehler, scheiße. Und wir haben uns selbst in die Luft gejagt, natürlich, natürlich. Aber Safepoint ist da. Hoffe ich. Erinnert euch für das Ruhm, danke. Ja, wir haben uns wohl richtig dumm gedreht, deswegen. Na ja, so oder so werden wir hoffentlich... ...das überleben können. Ich habe vergessen zu sagen, nice outfit. Und bei nice, ich meine Lade. Ach man, was ist mit so einem Boot los? Verfickte Scheiße. Ja, er steigt wieder in sein Boot, aber... ...wenn das Boot nicht will, wie wir wollen... ...dann geht das auch nicht. Okay, jetzt lass dichs und versuche. Oder wir schwallern einfach. Das würde auch gehen. So sieht es nämlich aus, meine Freunde. So sieht es nämlich aus. Oh, du Scheiße! So in etwa. So in etwa. Woher? Woher? Ich bin schwer. Ich bin schwer. Ich bin schwer. Ich bin schwer. Wie viel du denkst, was du für die Böden verletzt hast? Ein paar Nickels? Die Zeit sind schwer. Ich bin schwer. Ich habe es seitdem wir uns in die Glocke. Hey, du hast deine Schuld. Ich habe das nicht zu accessen, weil du die Identität verletzt hast. Du weißt, dass es nichts für die Böden verletzt hat. Der Transport ist verletzt. Ron ist verletzt, duhst du? Oh, seine und seine, was? Weil du deine Identität verletzt hast. Hey, 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 hey! Hey, bevor du gehst, zeigst mir die Lute. Okay. Das ist perfekt. Perfekt für was? Für was mit dem Mexikanischen Psycho? Wir geben ihm das, und du endest deine Beziehung mit der kleine Frau. Vielleicht werden wir in Los Santos verletzt. Ich verstehe nicht. Das ist Silicone City wieder. Es wird zu schnell. Aber das ist mein Job. Nicht dein Geist. Nein, nein, dein Job. Ich werde mit dem Mexikanischen Schoen beginnen. Mein Job? Mein Schoen? Ich werde dein eigenes. Wait, du gib mir das Beziehung, ich werde dir etwas größer. Was? Was? Aber hey, du und ich wieder zusammen. Mit Lester und Franklin auf dem Bord. Wir können das Ding machen, Tee. Das ist kein Geist mehr. Nein. Du gibst das Beziehung. Du gibst das Beziehung. Okay, okay. Keep that silly fucking thing. And you can keep Patricia as well, alright? Because I respect that lady and I ain't gonna hold her back. Thank you. Just remember, I'm gonna be keeping my eye on you every inch of the way. Alright, of course. And if that bastard fucking cheats on her one more time, I don't know what I'm gonna do. Yeah, Trevor, we both know you're not the marrying kind. But hey, it's great to be back in business, huh? Let's bring it on. The big one! The big one! Das große Ding, the big one! So sieht's nämlich aus. Erstmal paar Donuts drehen für die Freude an dem ganz großen Ding. Bestanden. Entgleist. Schnellstes Tempo 98%. Besser als CJ. Ach ja. CJ. Gab's für die Insider, die es nicht wissen, da gab's damals bei Xan Andreas eine ähnliche Mission. Der eh nicht designt wurde. Deswegen... Mr. Malrazo... Ne, Minutemen. Sind wieder am Start. Schaffen wir die heute noch? Ich weiß es nicht. Ja komm, scheiß drauf. Die machen wir auch heute noch. Hallo. Talie ist auch auf der Linie. Hey, Trev. Alles klar. Ich brauche deine ganze Crew hier in Cape Catfish. Wir gehen auf die chemische Weapons plant. Nein, 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 nein. Ich habe nur etwas zu Leicester gegeben. Ich brauche etwas zu tun. Ich brauche etwas zu tun. Ich bin zurück in Los Santos. Gib mir einfach eine Woche. Wir haben das Equipment mit eurem Polito-Money. Der Gangbanger ist bereits auf der Weg. Die Tür ist öffnet, mein Freund. Und du läufst davon aus. Scheiße. Scheiße. Los Santos geht nicht irgendwo hin, aber... Das ist ein Wah적으로. So sieht's nämlich aus. So sieht's nämlich aus. So sieht's nämlich aus. So sieht's nämlich urs. So sieht's nämlich aus. ecistazy Boy Cool Die Militemen, die verrückten Geier, was ist mit denen los, achso das ist ein Zufallsereignis der geilsten Sorte So weg hier, weg hier, weg hier So, hier werden sie uns niemals kriegen, okay das war's dann mit dem Militemen heute Oder auch nicht, vielleicht machen wir's dann auch, vielleicht auch nicht, mal schauen Je nachdem wie schnell die Verfolgung losgeht So, hier oben kriegen sie uns nie Hab ich gehört Channel fucking X Und mit Channel X Just hope I've broke your goddamn neck So sieht es glücklich aus Das Mann ist ein racist, alle Hey Ich dachte, sie haben dich verabschiedet Warum hast du dich? Ich habe nicht, außer dass sie mir ein paar Geld verdienen Das muss man gut Was ein stolzer Patriot du bist So, wenn sie dich auszutauschen? Sie können mich auszutauschen, dummer Warum nicht? Meine Familie hat hier 200 Jahre Ich bin mehr Amerikaner als du Nicht, dass es nichts zu beobachten Oh, ich bin sorry Well, at least you got paid Don't get all serious, okay? Anybody can make a mistake Perhaps now you want to kill me Yeah, maybe old man Maybe not You and your Civil Border Patrol friends You're all the same Ignorant fools trying to protect something that's not even there They're not my friends Spend enough time with them Yeah, I spend a lot of time with fucking people I don't like, all right? It's one of my favorite hobbies Civil Border Patrol, man Fuck you! You want to fucking die? You don't scare me You owe my family a great debt What? Our land is no longer safe It's not my fault You're so concerned Clean it up for me Your choice And no I will not give you one cent Okay, Joe and Joseph Sollen wir erledigen? Kein Thema Kein Problem Die gingen mir eher auf den Sack Folgending Joseph So sieht's nämlich aus Das war's dann auch wieder mit den letzten Minutemen Hey Joseph Why don't you try that on me? I protect this nation from a lot of cultural The village Removed from the gene pool Stay out of this, you dumb Canadian Oh, you just made this real easy for me So sieht's nämlich aus Bestanden der Patrioten Blues Und deswegen sagen wir an dieser sondationalen Stelle See you guys Und schaltet gerne wieder beim nächsten Mal ein Euer Rockstar von CoreGamer Production Hey you guys, hat's euch gefallen? Gut, nun gibt's ein paar Regeln, denen ihr folgen müsst Regel 1, das Video wird nicht geteilt Regel 2, das Video wird nicht geteilt Regel 3, lass ein Däumchen da Regel 4, wenn du dich mitteilen willst, kommentiere Regel 5, wer neu ist auf dem Kanal, sollte abonnieren Denn wir sind das, was nötig ist Wir sind das, was du brauchst Wir sind CoreGamer Production Und das Video wird nicht geteilt ist, was du auch noch einen Töger Wir sind die Däumchen da, sondern die Däumchen da